Hallo. Schaut mal. Guck. Ist die nicht schön? Passt zur Weihnachtszeit. Das ist nicht Ostern, okay? So für den Fall, dass das irgendwer sieht und sich fragt, warum hält die das hoch? Was ich doch gern hochhalten würde, wer... Achso, ja, wie geht's? Hab ich schon gefragt. Entschuldigung. Auch mir geht's ganz gut. Ich hab endlich einen Zahnarzttermin gehabt, letztens. Zwangsläufig, weil meine Backe ganz dick wurde. Und danach wurde sie noch dicker. Und ich sah aus, als wäre ich zu der einen Seite hin eine Birne. Weil die Sache hier, der Knochen sah irgendwie breiter aus als meine Stirn. Und da war ich ganz normal, so. Die normalste Birne, die aus der Reihe tanzt. Aber ich bin eigentlich eher ein Apfelmensch. Was für Menschen seid ihr? Ich frag nur, weil... Ich gerade Antiquitäten angesehen habe. Ich hab nach Schränken geguckt. Einfach so. War mich holzberuhigt. Ich stell mir vor, was man daraus machen könnte, um Menschen ihre Umgebung besser zu gestalten. Praktischer. Das fängt bei einem kleinen Schränkchen gleich im eigenen Zimmer an. Oder vielleicht eine Gelegenheit, sich zu waschen oder etwas zu essen aufzuheben. Dass sie nichts rauf und runter tragen müssen. Und das geht weiter dabei. Ich meine, das Leben tagsüber am angenehmsten gestalten kann. Wo das Licht herkommt. Wo Sachen untergebracht werden können. Und das trotzdem wohnlich bleibt. Und wer zu Besuch kommen kann. Und das Blut... ...hinbekommt. Jemandem zu helfen. Und ich kenne das ideale Gebiet dafür. Schon mein ganzes Leben lang, gefühlt ist das so, habe ich mir immer überlegt, wie schön das alles ist. Menschen wohnen können. Und wie traurig ich das finde, wenn sie nicht mehr da sein können, wo sie sich das Leben so sehr gewünscht haben. Wo sie es schön fanden. Und ich sah so die Nachrichten in der letzten Zeit und dachte immer nur, oh Gott, oh Gott. Wie viel Entmutigendes dabei ist. Wie viel Streit. Bei denen die Menschen vertreten. und für sie was Gutes wünschen müssen. Und sich nicht benehmen wie... trotzige Leute. Oder gefährlich. Nun, ja. Die wünschen sich ja immerhin, was ausrichten zu können. Das soll immerhin gut sein. Ich habe nicht ein bisschen davon bemerkt, was die Förderung von Nachbarschaft angeht. So wirklich. Bei neuen Gebieten, die erschlossen werden. Und Häuser werden gebaut. Die sind noch nicht mal besonders schön. Also sie werden nicht erhalten. Das meine ich damit. Sie werden eher abgerissen. Tolle Fassaden sind dabei. Und sie werden nicht bedacht... Also die Seiten und die Fronten der Häuser, auch die Rückseiten, nehme ich an, werden gleichförmiger, damit man dort mehr Menschen in zweiter Wohnung verhelfen kann, natürlich dann auch dadurch mehr verdient. Und dabei sind schon so viele Häuser einfach ignoriert worden. Die ganze Geschichte über Jahrzehnte und länger. Über Jahrhunderte kann ich es nicht genau bestimmen, weil ich ja immer noch nicht alt bin. Aber die Aufzeichnungen darüber sind gut. Nun weiß ich, wie wichtig das ist, dass man Menschen nicht umlagert, wo sie genau in solche Verhältnisse wiederkommen, die sie vielleicht jetzt als beschwerlich empfinden oder Menschen, die für sie sorgen sollen. Also wenn man irgendwo lebt, wo man sich das immer gut vorstellen konnte, muss man sich davon trennen, nur weil man angeblich nicht mehr alleine klarkommt. Und es gibt ja immer Möglichkeiten, dass man durch die Förderung zum Umbau einiger Häuser, dass man dann zu Hause bleiben kann. Ja, so mit Treppenliften und mit Türverbreiterungen solchen Dingen. Oder ich stelle mir zum Beispiel vor, dass man einen Hausmeisterservice haben müsste in einer Gegend. Ich kenne eine, die ist hervorragend geeignet. Barrierefrei könnte man das gestalten. Das mindestens, das sollte man machen, 40, 45 Prozent aller neuen Wohnungen auch dafür geeignet sind. Alle Häuser, die Wege. Das, was mit den Stadtwerken zu bewerkstelligen ist, alleine. Das muss auch ein bisschen bedacht werden, weil manche nicht mal mehr ihre Mülltonnen zur Straße befördern können. Ich habe mir überlegt, wenn ich jetzt zum Beispiel sowas hätte wie die Wahl, mich zur Wahl zu stellen, als meinetwegen ein Präsident oder Kanzler oder ein Minister, der für ein Auge hat oder einen Menschen sowas wie einen Sponsor hätte, der passt denn nicht, möchte ich gerade was aufnehmen. Moment mal. Der sagt, ja schön, ich bin Philanthrop, ich bin Multimilliardär. wir machen ein Experiment, wir wetten, wir können eine Milliarde zur Verfügung stellen und keiner glaubt das dann und man braucht nichts zu bezahlen. Es gibt einen Film, der heißt nämlich The One Million Pound Note. Also da kriegt er mit einer Einmillion Pfund Note. Und die kann ihm niemand wechseln, deswegen, weil er für so reich gehalten wird, geben sie ihm das alles auf Vorschuss. und er hat dann irgendwann die Schulden und sie lassen diese Banknote irgendwann wieder verschwinden und auf einmal wollen die Leute alle ihr Geld, weil sie dann den Mann nicht mehr für vertrauenswürdig halten, der dieses Geld hatte. Ein armer Mensch. Das war ein Film mit Galgurie-Pack. Ja, da kann man mal sehen, dass Kleider Leute machen können. Ich kann sie mir nicht mehr machen lassen. Aber wenn ich sagen könnte, doch ich weiß, wo die ideale Gegend ist, wo die Natur bis an die Häuser ranreicht, wo die Menschen hin könnten, welche Häuser das sind, wie die kleineren Häuser, wie die geschnitten sind. Ich kenne die Leute, die jetzt darin wohnen, ich kenne die Familien. Ich bin nur nicht dreist genug zu sagen, kann ich es bitte kaufen, wenn Sie mal ausziehen wollen. Bleiben Sie doch. Sie könnten das doch mit einbringen, möchte ich am liebsten sagen. Wir bauen es alles um, dass es einfacher geht. Ein Hausmeister-Service ist in der Nähe. Das wird dann so eingerichtet, dass die, die es nicht mehr wirklich bewerkstelligen können, deren Schnee wird weggeräumt. Und die anderen, die es auch gern hätten, die müssten dann ein bisschen was bezahlen können dafür. Sie werden nicht übermäßig teuer sein. Sie müssen vernünftig heizen und können und das Wasser angemessen verbrauchen. Und dafür kann man das umrüsten lassen. Treppenlifte, Lastlaufzüge für Mahlzeit und so, Gärtnerservice. Dass die Kirchen Zugang haben, dass Ärzte dort wohnen können. Ich weiß von zweien, die konnten da nicht mehr bleiben, privat. Die würden sich bestimmt über ihr Elternhaus freuen. Aber sie müssen praktizieren in der Gegend und auch Hausbesuche machen. Das ist eine Bedingung. Und sie würden eine Praxis haben können. Einige Häuser wären Anlaufpunkte, um die Freizeit zu gestalten. Man könnte malen, musizieren und lesen oder nur zum Tee trinken oder Kaffee trinken zusammenkommen. Ja, oder sowas wie ein Es ist nichts Abgeschlossenes. Das ist dort, als wäre man in einem Gelände so richtig beschützt. Ich weiß das, weil ich da als Mädchen sehr viel Zeit verbracht habe. Ein Teil meines Lebens. Das wüsste ich in Deutschland an vielen Stellen. Und ich möchte, dass das irgendwann jemand macht. Mut hat dazu, eine Stiftung ins Leben zu rufen. Ins Leben zu rufen, dass das Leben da weiter stattfindet und nicht zerpflügt wird. Weil die Menschen, die dort bereits leben, doch sicher gut finden, was das alles bedeutet. Dass sie gemeinsam feiern können. Auf ihre Kunststücke aufpassen. Dass Kinder dort groß werden können. An den Spielplätzen sich tummeln. Oder auf der Straße, wo es noch nicht gefährlich ist. Das konnten wir auch. Ich habe immer Glück gehabt, da wo ich gelandet bin. Eine Zentrale oder zwei, unabhängig voneinander, Versicherungssysteme. Ja, dass man dort auch einstellen kann, ob jemand, der keine Post empfangen will, das lieber dorthin liefern lässt, zum Beispiel. Dass man mal in den Urlaub fahren kann. Oder wenn man einen Aufenthalt irgendwo in einer Klinik oder zur Reha oder bei Verwandten einplant. Dass sich dann jemand drum kümmern kann. Nicht, weil es in verschiedenen Häusern ist, zu dem jeder mal einzeln hin müsste. Sondern weil das vor Ort geplant wird. Und alle miteinander wohnen. Und trotzdem jeder Wochenende hat. Und Feierabend, der respektiert wird. Das waren die Bücher und die Bilder. Was man im Leben immer gut fand. Trotzdem um sich herum hat. Und Vögel zwitschern hören kann. Vielleicht auch mal draußen spielt. Und niemandem sollte das eine Last sein. Jeder kriegt eine Mittagspause. Und da wird eben leiser gespielt. Nicht gequiekt und wild ges... Ja, wisst ihr, wie ich das meine? Dass man sich leben lässt. Und das toll findet, wenn es allen gut geht. Dass jeder Besuch bekommen wird. Und auch noch, je nachdem, wie fit jemand ist, selbstverständlich irgendwo hinfährt. Zur Schule oder nachmittags zu Freunden, zum Sport. Dass es ein Teil von jedem ist, den er nicht teilt mit anderen. Und etwas, was man teilen kann. Wenn man möchte. dass niemand das Gefühl hat, ich muss hier weg. Weil es niemand interessiert. Und das stimmt nicht. Ich möchte, dass ich es verstehen kann. Hätten wir das Geld, nur mal so, würden wir uns die Hälfte arbeiten lassen können. Mit der anderen könnte man loslegen. Das geht nicht so, dass man es einfach rausschmeißt. Das wäre eine Stiftung, das Geld. Das kriegen die Leute nicht wieder. Ich glaube, sie könnten es von der Steuer absetzen. Ein paar Leute würden bezahlt werden müssen. Juristen. Und die Bank oder so. Versicherungen. Sowas. Notare. Wir könnten für diese Gesellschaft oder die Stiftung arbeiten. Aber damit, dass man Geld arbeiten lässt, verdient man ja welches. Wenn man das gut macht, und viele können das. Dann wäre es wunderbar. Es würde nicht mehr zerpflückt werden. Wisst ihr, dass man am meisten liest, wenn man sich so, so durchliest, was an Angeboten da ist. An Häusern. Unmengen davon. Super teuer. auch die Wohnungen. Aber sie sind wie von der Stange. Wie die Kleidung, die von der Stange gekauft wird zuerst, oder? Und dann werden sie zu klein irgendwann. Und sie sehen aus. Ja, man liest also Sichtschutz. Das ist eins der Hauptverkaufsargumente. Und die Leute denken so, wenn ich irgendwo hinziehe, das ist zum Beispiel bei Reihenhäusern ja gar nicht so einfach. Auch nicht bei einzelnen Häusern. Sichtschutz, Sichtschutz, Sichtschutz. Ich denke, wieso sagen sie nicht gleich? Keine Sorge, es ist hermetisch abgeriegelt. Da kommt niemand hin. Sie haben Sicherheitskameras überall. Das kann man doch mieten. Man kann sich ein Haus in dem Zug dafür solche Zwecke einrichten lassen. Dass Sicherungssysteme und Sicherheitsmaßnahmen auch da zusammenkommen können. Von einem Kinderhort zum Beispiel. Da kann ja nun auch nicht jeder hin oder raus. Das möchte man dann ja auch wissen. wo die Kinder untergebracht sind, die noch zu klein sind. Dass sie gut beschützt sind. Ein Kindergarten. In klein. Ja, ich müsste dann mindestens drei Orten, vieren sogar, wo man das ganz ideal machen könnte. Ja. Parkplätze. Mega wichtig. Keine Sorge. Da könnte ich auch sagen, wer schon welchen Parkplatz hat, wer eine Garage besitzt. So was. Ich weiß das. Ich kenne die Namen der Kinder alle noch und die sind jetzt erwachsen und haben selber welche. Die meisten Menschen haben dann schon Häuser oder Wohnungen oder wollen vielleicht ganz woanders hin oder es verschlägt sie dorthin. Dann möchten sie was vermieten eventuell und müssen es nicht verkaufen. Ein Elternhaus zu verkaufen ist nicht so leicht. und wenn man Menschen entgegenkommt, dann ist es egal, in welchem Alter sie sind. Dann fühlen sich alle besser, wenn es jedem ganz gut geht. Wenn man mit zwei in einem Fundament lebt oder groß wird erst einmal, dann weiß man später schneller Bescheid, wenn man nicht wirklich Sorgen haben muss. ist wichtig, dass man sich austauschen kann. Ansonsten wären wir alle Einzelgänger und das ist kein Mensch eigentlich wirklich. Man darf sich nur nicht bedrängen. Man muss es zur Verfügung stellen. Und so ein Projekt wäre wunderbar, wenn ich so sehe, wie viel ausgegeben wird und das bringt gar nichts. Nur weil es raus muss. Sonst kriegst du nicht wieder so einen Spielraum. So ist das doch, oder nicht? Und wenn man im Plus bist und nichts überziehst, ist da kein Cashflow. Ach, diese Flöhe können sich getrosten werden. Ich meine, ich wünsche mir so, dass Menschen die Verantwortung tragen, weil sie dafür bezahlt werden nebenbei und sich wählen lassen wollen. Sich endlich bewusst darüber werden, dass für die ganze Zeit die die lieber im Fernsehen oder in Stadien verbringen, um Werbung für sich zu machen. Damit verbringen müssten, zu sagen, nee, ich muss nicht ein Jahr durch die Lande ziehen oder vier Jahre lang oder zwei, um für mich Werbung zu machen. Ich möchte was tun, was was bringt. Dass ein bisschen mehr Gerechtigkeit da ist. Und Frieden, das ist schon unruhig genug um einen herum. das muss nicht noch im ganzen übrigen Leben so sein, oder? Dafür sorgt man dann schon irgendwie in jeder Phase mit irgendeiner Aktion, die man dringend erleben muss, um zu dem Schluss zu kommen, dass das irgendwie alles nicht so wichtig ist. Ihr Freunde und Nachbarn und die heile Welt, die man sich so wünscht. Wir dürfen uns doch nicht wegnehmen lassen. Ich lasse sie mir nicht ausreden, so meine ich das. Tschüss.